Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Semi einfach mal alle Stümmel ab und auch irgendwie, also eigentlich ragt sie eher nach oben, als ihr seid, das ist eher eigentlich eine Palme als eine Bodenpflanze, naja, also viel ist nicht mehr von über und Semi verwertet noch den Restmüll quasi und morgen in der Folge seht ihr dann, was Semi hier noch so mit der Pflanze getrieben hat und ja, Ja, die Folge wird Laserpointer heißen, also was können wir dort erwarten, Semi? Schaltet einfach ein, morgen wieder 14 Uhr auf PeaksMeTV. Seht ihr Leute, so sieht das aus. So ist die Pflanze dahin gerafft, Semi. Oh mein! Und jetzt macht er schon den ganzen lieben Morgen. Die Pflanze können wir nur noch wegschmeißen, ohne Witz. Oh, Semi! Oh, oh! Da hängt noch ein Ass nach oben, das geht nicht. Der muss runter niedergerungen werden. Der muss niedergerungen werden und er sitzt an zum Sprung und er sitzt an zum Sprung. Komm schon, komm schon, Semi, du willst es? Ah, wisst ihr, er fällt, er fällt schon, er fällt den letzten Ass, der nach oben ragt. Okay, die anderen einfach abbrechen. Was, Semi, ey, ohne Witz. Alter, was ist denn hier los? Was, Semi, ey, ohne Witz. Oh, mein Gott. Was, Semi, ey, ohne Witz. Was, Semi, ey, ohne Witz. Und das war der letzte Ast, der nach oben noch gehackt ist. Auch er ist Sammy zum Opfer gefallen.